...atelier von Rudolf Matthä... War es richtig? Gesprochen? Ja, wir machen das Rudolf in Deutsch. Ich bin in Amerika mit... ...haha... 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 ...German... ...Pelibition... ...Pelibition... ...Darinen... ...I... ...I have a... ...not a long of Deutsch mit Milchspray... ...nih, die Lieder... ...da... ...Wir verstehen so gut Deutsch? Ja, ich versteh alles in Deutsch! Na wunderbar, dann erzähl... ...sie bitte unseren Fernsehenteilemern etwas in Deutsch! Na was kann ich Ihnen erzählen? Ich weiß nicht, was Sie erzählen sollen! ...und der weiften Reise, die Sie gemacht haben... ...und du? ...von Mr. Mario Lanze, nicht? ...haha... ...von unserem Filmstil ein! ...zureißer... ...er schickt aber auch schon Deutsch, Herr Wunsch... ...haha, ich zähle Deutsch, wir haben schon... ...seeeer gut, sehr gut... ...sieeer gut... ...Rudi, kommst du nicht in den Bild? ...ja, ich weiß schon, denn... Ja, Sascha, Sascha! Sascha, Sascha, Sascha! Ja, Sascha! Ja, Sascha, Sascha, Sascha! Wir haben viel von Ihnen gesehen, gelesen, gehört. Surschbottesachen gelesen! Sicherlich, aber nun erzählen Sie uns was Nächstes. Wo fliegen Sie morgen hin? Ich geh' nach London morgen, wir wären über den Film springen, und einen zweiten Tag gehe ich zurück nach Hollywood. Über The Pole, kann ich nicht täuschen sagen. Ja, ja, und Sie haben hier in diesem Film lange mit Mario Lanza in Rom und in Capri und jetzt da in Deutschland gearbeitet, und er ist ein entzückende, liebe Kerl. So, den Eindruck hab' ich auch. You got me, I don't know where you're at all. You do? Sascha, I'm gonna miss you. I will miss you. Don't go, stay by say. Also, dann wollen wir sehen, wie es in diesem Film ausgeht mit Ihnen beiden. Da geht's glaub' ich nicht ganz gut. Nein, er verlassen mich, alle Männer verlassen mich. Es ist eine Tragöte. Aber den, Sascha Gabor, findet immer wieder... Na, ich, aber die Männer verlassen mich nicht. Ich verlasse die Männer. Also, sich doch behagern. Sehr schön. Bye, bye, bye. Nice set, isn't it, Mario? Beautiful sets, huh? It's Capri. It's prima. Sure. Wunderbar. Leider alles passt. Alles passt. Wollt ihr rauchen? Ja, gerne. What about this, Mario and Germany? Not now. You know. Ah, yeah. Er hat auch alle Ursache, seine Stimme zu schonen, finde ich. Von einer meiner größten Impressionen. Als ich wie ein Mäuschen in Rom hinten im Zuschauerraum sah. Und hörte ihn und sah ihn das erste Mal in meinem Leben. Ich hab schon viele Bejazzis gesehen in dem Monolog. Das war für mich das größte Erlebnis. Es war die schönste Stimme, die ich je gehört habe. Und auch darstellerisch war ich ergriffen. Und ich hab den ganzen Vormittag eigentlich gebraucht, um mich wieder zu beruhigen. Ich hab gerade vorhin, wenn ich ein Mäuschen war, in den Zuschauerraum in Rom, Mario. Oh, in der Oper. Oh, was excellent. Du bist zu nett. Nein, nein. Das ist nur die Wahrheit. Oh, ja. Entschuldige bitte. Wir sehen uns noch ein bisschen durch. Er spricht Englisch. Er spricht Deutsch. Aber Mario hat schon in Berlin, glaube ich. You like Berlin, don't you? Ich liebe Berlin. Berlin ist wie Johannes Schöne. Johannes Schöne, Berlin Schöne. Hans Gundebach. Did you learn some German German? Sprechen Sie Deutsch. Ja. Darin ist kein ganzes Herz. Das ganze, Mario. Das ganze ist eine... Oh, no! Don't forget this. Es ist eine... Oh, I thought it was another word. Es ist ein Schlagwort. Ich habe einen Moment vergessen. Du bist hier lange, Mario. Wenn du das Video hast, ich denke, du musst noch einen anderen Film machen. In Berlin. In Berlin, ja. Ich hoffe, wir werden uns gut vertragen bis zum Schluss des Films. Vielleicht machen wir alle noch mal einen anderen Film. Wir können noch einen anderen Film machen. Wir werden, wir werden. 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 Schönen Dank euch allen und einen besonderen Gruß an Berlin, sagt Mario. All Berlin. Wir brauchen Arzt. Wir brauchen jetzt heute Abend. Wir brauchen differenzierende Jenner für den Schülerワんだel Konzer.